Also Leute, willkommen zu meinem dritten YouTube-Video. In diesem Video werden wir etwas tun, was ich mich... Ich drehe heute ein Video, wovor ich wirklich Angst habe, aber ich werde es machen. Diesem Video werde ich auf OmmelTV gehen. Ich wollte das Video vor einer halben Stunde drehen, ich wurde gesperrt, weil ich habe mich nicht getraut zu zeigen, ich wollte so eine Testrunde machen. Ich habe Jule in die Kamera gezeigt. Übrigens, es ist gerade 23.06 Uhr und ich drehe das Video und es kommt morgen um 15 Uhr online wahrscheinlich. Weil ich so nett bin und bis 6 Uhr das Video bearbeiten werde, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, kommentiert. Du weißt schon alles, was positiv ist. Was wollte ich sagen? Ich war mit Jule auf OmmelTV, ich habe es in die Kamera... OmmelTV hat mich gesperrt für 335 Stunden. Aber ich habe es jetzt irgendwie hinbekommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Video an. Ich habe Angst, ich habe Angst und ich habe Angst. Ich war gerade schon und jeder hat mich weiter geskippt, weil ich hässlich bin. Ich dachte irgendwie so, jeder wird mich erkennen. Ich wollte mich so richtig wie Kylie Jenner fühlen. So, oh mein Gott, Emiah. Ich schwöre, jeder hat weiter gedrückt. Zehnmal hintereinander. Ich habe nicht so... Hey, hey... Okay. Was ist grün und steht... Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. Wir fangen an. Okay, Leute, also jetzt geht es los. Ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Ich glaube schon. Ich habe so Bauchschmerzen. Oh mein Gott. Kannst du sagen, hallo, ich heiße irgendwie Bayrak? Hallo, ich heiße Jule. Äh, ja. Ich wollte dich fragen, ob du mit Jule irgendwie zusammen bist. So, schönen Abend noch. Entschuldigung. Äh, nee. Okay. Hast du... Er hat mich weggeklickt. Er hat mich einfach weggeklickt. Bin ich unsympathisch? War ich unsympathisch? Nein, ich war doch nett, oder? Kylie Jenner. Ich bin mir nicht. Äh, wie alt bist du? Fünf. Fünf. Zwölf. Oh, oh. Puh. Du bist fängig. Bin ich unsympathisch? Fresh, Digga. Danke. Ich möchte anmerken, also ich bearbeite gerade das Video. Es ist... Es ist Bio 34. Gebt ihm wieder einen Daumen nach oben. Ich bin ein sehr schüchterner Mensch. Das wollte ich mir mal ganz gut sagen. Das ist sogar ein YouTube-Video. Das sieht irgendwie so aus. Nein. Willst du was richtig Süßes sehen? Ja. Hier ist mein Teddybär. Und für hübsche Frauen aus dem Internet trägt mein Teddybär sogar ein Hemd. Und mein Teddybär ist ein Gentleman. Darum trägt er auch eine Hörse. Ja. Das war's. Ich hab ne Maus an der Wand hängen. Da. Eine echte? Nein, das wär krank. Aber ich hab Fotos von der sezierten. Am Ende hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Oh mein Gott! Darf ich ein Screenshot machen, Emir? Ja, normal. Go bitch, go bitch, go bestie. Ey, warte. Ihr müsst irgendwas Lustiges machen, damit mein Video lustig ist. Könnt ihr irgendwas so... Talent oder so? Ich hab ein Talent. Ich kann mein Bein um 180 Grad drehen. Ja. Dein Bein? Ja. Zeig mal. Ich hab Angst. Ne Wohl ist aufgerückt. Stopp, warte. Okay, machen nochmal. Iiii. Okay. Nicht I, sorry. Wie machst du das? Warte, ich überleg grad. Go bitch, go bitch, go bestie. Ja, viel Glück noch bei Jule, ne? Was? Viel Glück bei Jule. Warum sei... Für was Glück? Du warst doch ein Crush auf dir, oder nicht? So, schönen Abend machen wir schon. Ihr wisst alles. Oh, oh, oh mein Gott. Easy. Go bitch, go bitch, go bestie. Oh, oh. Halt. Oh, warte. Nein, du bist ja. Du bist ja von Tiktok. Du bist ja von Tiktok. Willst du da aus von Tiktok? Ja. Tiktok, oh mein Gott. Nein, bitte bleib hier. Oh mein Gott. Tiktok, wer bist du? Wer bist du? Ich bin Tiktoker. Irgendwelche Talente, die ihr mir zeigen könnt. Wenn es geht, wenn es geht. Kommt darauf an, wenn ich klar. Aufspart mir die Sahne. Wenn es geht, wenn es geht. Ich würde einfach fangen, wenn ich nicht fallen. Warte, warte. Okay. Zeigt mir jetzt dein Talent. Aber Leute, ein bisschen ruhig, sonst immer... Ich kann Talent nicht sehen. Ich erzähle jetzt die ganze Fasche, okay? Ich sehe die ganze Fasche. Aber warte, ist es gut für die Gesundheit? Ja, auf jeden Fall. Mach einfach, ich brauche Klicks, mach. Schuhe. Überraschung. Richtig, wie drinnen liegt. Mach mal einfach. Einfach. Einfach vorne ohne Tente, ne? Ja. Wer frisst du jetzt? Sie so schlimm aus, aber es sagen wollte, das war nur ein Zaubertrick und er hat sie nicht wirklich geschluckt, damit das klar ist. Ich habe keine Kinder gefährdet. Ey, ich rufe, ich rufe Krankenwagen, ich schwöre. Hast du irgendwelche Talente? Ich kann mit Autotune reden. Äh, okay. Endlich, endlich. Ihr seid eine Stunde, ihr sucht dich ja. Hallo, mein Freund. Ja. Komm ich so nah an die Kamera? Und dann liege ich so. Comedy pur, mein Freund. Comedy pur. Schmeißt du Auge? Ja, ich habe gerade irgendwie Angst. Du hast es so komplett verändert gerade. Ciao. Hallo, Emira. Oh mein Gott. Hi. Hallo. Hallo. Warte, ist Emira deine Schwester? Memira? Memira war nicht da. Äh, nee. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Talente habt oder so, die ihr zeigen könnt, irgendwas, was spannend macht. Sie könnte singen, ja. Nein. Doch, sing mal. Everybody knows my name now. It's something quite a stiff and strange. Been looking in a mirror trust. I'm so alone. Lonely. Okay. Sie macht so ein komplettes Musikvideo. Aber es war echt gut. Kenne ich von TikTok. Ja. Ich habe nicht mal TikTok. Bist du sicher? Ja. Du bist fast mit dieser Jule zusammen. Wer ist Jule? Was läuft zwischen dir und Jule da? Warum frickt es jeder? Äh, Mann. Nee, du musst sagen, was ist zwischen dir und Jule? 283 Kilometer. Das fahrt mal die Sahne. Zeig mir. Das kann ich nicht. Ihr Gesicht am Ende. Ich habe mich voll erschreckt. Oh mein Gott. Wusstet ihr, dass ich auch... Oh mein Gott. Wusstet ihr, dass ich auch... Oh mein Gott. Weilst du? Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, weil ich so hässlich bin, oder? Ich habe nicht geskippt. Ich habe nicht geskippt. Weiter geht's. Ja, ich bin ein bisschen gruselig gerade. Das sieht aus wie ich und Jule. Boah, Spaß. Das bin ich und, äh, Fatma. Oh mein Gott. Emil. Oh mein Gott. Emil. 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 Wer ist Kylie Jenner? Wer ist Kylie Jenner? Sag ihr. Kennst du Kylie Jenner? Sie ist vor dir. Spaß. Emil. Emil. Ich liebe dich. Emil. Du bist meine. Emil. Ich liebe dich. Emil. Wie ich die ganze Zeit nur so... ...mache. Weil meine Eltern haben geschlafen. Und ich... ...diesem Wandel... ...wenn meine Mutter aufweckt. Du. Dann gibt es erstmal einen Terribick. Emil. 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 Oh mein Gott. Ich geh nicht weg. Ich geh nicht weg, aber ihr müsst leise sein, okay? Warum ist die Szene irgendwie so emotional? Kann ich mich nicht mehr sagen? Oh mein Gott, Emil. Emil, ich liebe dich. Emil. Oh mein Gott. Juni ist schäfing schwarz. Mein Gott, ich kann das nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum freust du dich so? Oh mein Gott, Emil. Emil, Emil. Oh mein Gott. Ich geh bei mir heute. Alter. Ich hab nicht geskippt. Ich hab nicht geskippt. Ich hab nicht geskippt. Mein Herz. Was ist, wenn sie... Ich hab nicht geskippt. Ich hab es nicht getan. Wenn du das YouTube-Video siehst, ich war es nicht. Ich schwöre auf alles. Ich war es nicht. Weiter geht's. Ich hab ein Anpasspruch. Warte, warte, warte. Ich hab mein Schlüssel verloren. Kann ich bei dir schlafen? Ich hab nicht geskippt. Hiermit beende ich das Video. Danke fürs Zuschauen. Dreh seit 2 Stunden. Es ist 01.56 Uhr. Und ganz kurze Info. Ich bin immer noch nicht fertig mit bearbeiten. Ich muss noch das Thumbnail. Thumbnail. Thumbnail und so alles machen. Und die Uhrzeit. 7.18 Uhr. Sagen einen Daumen nach oben. Und eventuell ein Abo hab ich mir verdient. Wenn du bis hierhin geguckt hast, kommentier Hashtag Sahne YouTube Gang. Noch irgendwas? Folgt mir auf Insta. E-Mir-B-Y-R Ähm. Folgt mir auf Insta. Abonniert mich. Aktiviert die Glocke. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich muss auf Klo. Ich glaub das passt. Okay. Tschüss. Tschüss.